willkommen zurück bei der strange und wie schon in der letzten folge angekündigt wollen wir jetzt einmal die brücke herunterlassen die hose und alles rapunzel rapunzel kann man nicht wo kann man wo kommt man denn da hin wenn man da oben lang geht hier so ohne höhle sind wir da nicht hergekommen da sind wir reingegangen warum sie es denn da nicht gerade ausgelaufen ja weiß ich nicht weil ich die höhle gemacht habe so wie kriegen wir die brücke runter müssen wir da auf das das few problems that can't be solved by a well-aimed round or two so geht das was da kommt bloody hell bridge monsters ich weiß was kommt ja ja genau das meine ich ich nehme mal meinen dringend jetzt mit oder was los oder wollen wir ja ich bin ja gerade ein bisschen am aumeln ach die kommt doch gleich wieder da macht doch gar keinen sinn ja ballert da rum ey gehen sie gehen sie warum gehen sie denn nicht warum rennen sie schon wieder ich mach mal die kisten auf du machst ja keiner mehr auf hallo was die scheiße ist denn hier los er rennt wieder wie in eine tarantre schock ammo sagen sie mal sie machen hier jede kiste auf nelson's ghost oh nein warum oh nein okay der wiener draußen ist da aber leider nicht so wie ich es gerne hätte das war nicht okay das ist ja auch ein witz ne leiche abballern ey ich meine ich gehe oh ich gehe ein kelett abballern ey das ist schon echt witzig oh das ist der weg nach draußen ich verstehe ey der hat mich gehauen aha aua wo bist du denn schon wieder versteckst du dich oder was nein ja dann komm doch mal ran hier hilf mir doch mal brutal fünf feine zerstört ja sehen sie mal ich mach hier auch was aua wo kommt der denn her der der Mr. Pelletti können wir da jetzt durchhüpfen warte ich mach nochmal ah ok ich bleib mal hier drauf stehen wie sie ganz oben ist oh da kommen sie wieder ja ja watch your turn ich glaub das Tor muss ganz offen sein ja ist jetzt aber wir wollen ja erstmal ne räumen ne das Tor ist noch nicht ganz offen aber kommen wir durch glaube ich Aua 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 achso das bist du so ich geh mal auf das Ding drauf Ich glaube, ich hole noch mal ein bisschen Muni. So, und ich geh mal eben hier alles ab. Muni! Ein Pünktchen für meinen Skelet... äh, für mein Amulett. Und noch ein Pünktchen und noch ein Pünktchen. Mann, 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 Leute. Oh, Manni war hier. Guck mal, ey, die hat 7.000, die Olle. Was? 7.000. Alter, wieso habe ich die? Ich weiß es nicht. Sie haben nur die ganzen Kisten geöffnet. 7.000. Ach, scheiße, was ist denn... Ah, warte mal. Wollen wir das hier nicht vermutlich sein? 7.000. War hier mit 2? Hier ist eine super Wumse. Aber ich habe hier auch 7.000. Nee, ich habe 7.000, ne? Ich habe 7.000, Entschuldigung. Wissen Sie was? Sie sind ein Kackfrosch. Dafür dürfen Sie die nächste Waffe auswählen. Ja, dann mache ich das hier. Komm. Für 500. Ehrlich, habt ihr das gehört? 7.000. Und dann, ne? Ach, die Hunde. Ja, komm, nehmen wir die hier. Irgendwann wie Skarabinen hast du nicht gesehen. Yes, yes, the Scarabell launcher, brilliant. Ja, das war... Raketen-Longer? Was? Was? Ja, sicher. Was? Da kann ich volle Raketen mit abschießen. Ach, hören Sie auf. Ja. Was? Können Sie sich auch holen? Nein. Ich mache jetzt die Maus hier, oder? Ja, machen wir jetzt hier. Wir werden sowas von sterben jetzt, Freunde. Wir werden sowas von sterben. Er rennt schon wieder. Abstieg in das Tal. Oh, ist es ja. Oh nein, warte. Ich nehme meine Mumse. Da kriegst du jetzt. Siehste? Rakete. Echt eine Rakete? Ja. Die Werfer ja, die nerven ja immer mal. Und weg sind sie, siehste? So einfach ist das. Ja. Die Glocke. Achso. Da komme ich aber nicht ran. Wenn Sie Munionen gefunden haben, sagen Sie bitte. Ja, wäre schön, wenn ich mal einen Drink finden würde. Ja, ich habe einen gefunden. Wollen Sie den haben? Das sieht dann schlecht aus von mir, so, ne? Ah, der nächste Drink ist ihrer. Ich habe ja noch einen in Reserve. Oh, wie schön das hier aussieht, ne? Und da muss ich noch... Komm, Sie mal, ja, bleiben Sie mal stehen. Ja. Dann bleiben Sie stehen. Ich komme noch mal zu Luke. Und dann machen wir noch mal ein schönes Rumpf. Ah, gucken Sie mal mit dem... Mit dem... Oh, herrlich. Mit dem Waterfall. Warte, ne? Ja, Waterfall. So, dann machen wir mal ein schönes Rumpf. Einfach nur herrlich. Ah. Ja, das sieht schön aus. Frischenes Frel-Quell-Wasser. Frel-Quell. Ja, irgendwie sowas. Ja, Sie können ja nichts dafür. So, wir gehen weiter rüntel. Da unten ist eine Feuerflamme. Da können wir Flamme feiern. Oh, Katze. Ähm. Warten Sie? Hier hat sie gemauzt. Wo ist sie? Ah, ich habe sie. Wo? Alter, oben. Ah, war er da. Erfekt. Hat ja jetzt gesagt, beastless things. Hat er jetzt nicht gesagt, ne? Katzen sind wunderbare Tiere. Hm. Ja. Wie die richtigen Katzen und ihr Leben ist einfach nicht anders. Allein schon, wie die dich angucken immer, ne? Als ob sie... Oh, ich glaube, hier guckt mich gerade jemand anders an als eine Katze. Warte, ich habe doch mal was schildert hier, warte. Oh, da ist ein Buch. Ne, ist Munion. Wollen Sie mal. Wollen Sie mal hin, Munion? Nein, hören Sie auf mit Ihrer Rakete. Einen Schuss in den Kopf. Alle weg. So geil ist das. Ja, ja, so geil ist das. Das kann ich auch mit dem Kopfschuss machen. Da brauchen Sie so ein teures Ding mit, auch. Bling, bling, bling. Du, hör mal, dein Ding ist doch schon voll. Nee, mein... Jetzt ist... Nee, ist noch nicht. Woher willst du das denn wissen? Aua, wer... Warum? Irgendeiner wirft hier oder schießt hier. Schon wieder? Ach, da hinten ist auch noch einer. Warte mal. Ja, ja, Junge. Pass auf jetzt. Das ist auch noch raus. Warte. Da ist er gefühlt. Aber getroffen hat er mich trotzdem. Ja, man muss sie auch bewegen. Das Rätsel ist das Bewegen. Weißt du, mit dir, ja. Ne? Guten Tag. Oh, hier kann man auch rein. Da muss man wegsprengen, hier. Warten Sie, ich sprengen. Ich... Ich mach mal. Mit Ihrer Rakete, meinen Sie? Ja, ja. Ich versuch mal. Komm, in meine Rakete rein. Wir fliegen ganz allein. Oh. So macht man das. Ja. Aber ich glaub, da kommen welche. Ich hab da so welche komischen Geräusche gehört. Oh, aufpassen, aufpassen. Oh, ein Rätsel. Rätsel? Oh je. Oh je. Oh je. Mit Wandäumelbums. Ich glaube... Oh, wir sollten hier vorsichtig... Kommen Sie mal her. Maus aktivieren hier. Ja, das können Sie, glaub ich, alleine. Ja. Da kommt was von hinten. Und wenn Sie sich jetzt da draufstehen, kommt was aus der Wand. Wir müssen erst mal das Gegenstück dafür empfehlen. Oh, jolly good, a puzzle. What lies within, I wonder. So. Wie sieht das hier aus? Müssen die jetzt alle grün sein, oder alle? Nein, wir müssen da erst mal das Gegenstück. Warte mal. Jetzt haben Sie es weggemacht. Jetzt hab ich es weggemacht. Gehen Sie mal da runter. Jetzt haben Sie es weggemacht. Ach, scheiße. Du bist ein Vogel, ey. Scheiße. Jetzt hab ich es echt weggemacht? Nein, das kommt bestimmt nochmal wieder. Nein, das ist weg. Das kann nicht sein. Doch. Nein, hören Sie auf. Es ist weg, weil du da oben drauf geschossen hast. Ach nein, ey. Da war doch gar kein Rätsel. Natürlich war es ein Rätsel. Da passierte doch gar nichts. Ach, Mann. Boah, ist die doof. Die muss überall raufballern, ey. Nein, das war anders. Das ist weg. Aber... Das gibt es doch gar nicht. Ja, Freunde, dann müssen wir das immer aufmachen. A pernicious puzzle. Well, I never. Hauptsache ich balla drauf, weißt du. Lass die Stacheln herunter. Ja, sonst geht es hier nicht weiter. Das können wir dann da machen. Aber ich weiß genau, da kommt wieder was. Ja, es tut mir leid. Aber es hat sich nichts getan. Da habe ich gedacht, oh, da leuchtet was. Da schießt du da mal drauf. Hab ich gemerkt. Normalerweise kannst du ein Rätsel nur versauen, indem du dreimal die falsche Antwort gibst. Das ist der Wunder. Oder du schießt einfach mal drauf. Ja, ja. Oh, wie geil das aussieht hier, ne? Freunde, guckt euch das an. Ich habe da gerade was gesehen. Was denn? Hier, auf der Brücke. Oh, guck mal, der Wasserfall nach unten. Irgendwo waren Kisten. Habe ich gerade da noch gesehen. Irgendwo waren Kisten. Wo habe ich die gesehen, Leute? Hier, ne? Ja, genau, hier. Ja, wollte ich das sagen. Hier. Oh, wir sind da auch. Komm, da habe ich ja noch gar nicht. Ach so. Ah. Da habe ich eigentlich gar nicht verdient, ne? Ach so, das kann man jetzt hier noch. Und da kommen wir dann raus. Ah, aber nicht so raus. Ach doch. Ja, klar. Tja. Einen ist eine Brücke. Haben sie die auch gesehen? Ganz viele Feuerfallen. Oh, sind die doof. Sind die doof. Wer ist doof? Ja, die Viecher da, die. Was rennt sie denn da oben hoch? Ja, ich mache hier gerade die Viecher platt. Die sind so doof. Die rennen einfach ins Feuer rein. So, die hirnlose, doofe halt, ne? Die sind doch von hier gekommen, oder nicht? Nein. Ja, ja, aber wir können trotzdem hier unten schon mal die Dinger platt machen, verstehen Sie? Ja. Ich gehe weiter. Sterben Sie! Ja, ich muss nur so ein Gesundheitstrink haben, denn es... Was? Gesundheitstrinkung? Ja, unbedingt. Ja, den kriegen Sie jetzt. So, mach die doch Rätsel kaputt, ich werde bescheuert. Oh Mann, ey. Das kann alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Kommen Sie mal her, hier. Lassen wir die Dornen herunter. Also auch hier, hinter der Wand geht runter. Zwei Wände gehen runter. Ach du Scheiß. Da kann man drauf schießen. Ja. Dann hat man nicht einen Fehler gemacht. Okay. Ja, nix dorn runter. Das ist die Dornen herunter. Das ist die Dornen herunter. Ich mach die linke Wand. Äh, nee, in der Mitte. Erst muss die rechte da. Warte, da ist die erste. Zack. Zweite. Nee, war falsch. Falsche Reihenfolge. Oh, ja, ich glaube nicht. Ich glaub, die war richtig, die Reihenfolge. Oh, ja, war manchen. Wochen drehen, verdammte Scheiße. Die Reihenfolge war, glaub ich, diesmal richtig. Aber wir haben die Dornen auch runtergelassen, sehen Sie? Ammo, ja. So. Da sind auch wieder Freunde von Ihnen. Ja, die hol ich mir, wenn ich da bin. Ja, da hab ich noch gerade geholt. Oh, 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 oh. Aber die sind schon alle angepappert. Könnt ihr mir mal eben kurz, äh, ganz schnell mal kurz, äh... Oh, 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 oh. Hallo, hallo, hallo. Waffe leer. Okay, da schießt, da hinten wieder einer. Oh, 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 oh. Das hat's Bum gemacht. So. Also hat doch was gebracht, dass man die von weit hinten, äh, aufschießt. Da rennt schon wieder auf. Da kommt wieder was. Hier kommt wieder. Vorsicht. Oh. Also. Oh, ja. Gucken Sie mal hier. Kommen Sie mal. Ich brauch'n Drink. Was denn? Ja, hier kommen ganz viele hinten in Reihe und Glied. Weil die kommen ja alle zu uns wahrscheinlich, ne? Und was wir da entsorgen, kommt nicht mehr nach oben morgen, ne? Ich weiß nicht, wo Sie das immer herholen, ne? Ich weiß nicht, wo Sie das immer herholen. Oh! Dankeschön. Wollte schon immer mal ein bisschen Geld haben. Wer hat denn jetzt am meisten... Oh, Herr Hobs hat Geld ausgegeben. Das ist ja schön. Was soll das denn, Kollege? Was macht der denn da? Ich bin gleich tot. Ah, jetzt. Niemals stirbt heute. Ich brauch'n Drink. Dringend. Ja, dann lass uns dem kleinen Miri mal vorgehen. Ja, jetzt wird schon wieder gerannt. Wir gucken nicht richtig. Und dann wunderst du dich daher, wenn du nichts findest. Ja, wir brauchen ja nur noch die Katzen, ne? Oder? Briefe brauchst du auch. Der hohe Tempel. Gucken Sie mal. Ja, genau. Ja, wir haben sauber da recht. Die Briefe... Die hohen Brief... Äh, nee, das war der hohe Tempel mit den Briefen, ne? Hey! Nur weil du keine Flasche kriegst, brauchst du nicht mich als Flasche hier. Da ist eine Flasche. Da ist einer, weil die hol ich mir jetzt. Ah! Watch out, Brigade. We believe the church we might be able to drink. Large supernatural champion. Be on fullest alert. Oh, ich hab'n Buch! Haben Sie das auch, das Buch? Moment. Ja, jetzt haben wir's. Could be some jolly useful information there. Wir müssen einmal gucken. Ja. Ich schau' mal nach. Tagebuch. Ja, wir gucken mal. Einer fehlt uns noch. Ja, wir haben so viele Briefe, ne? Aber uns fehlen, äh, noch vier Skarabäen. Ähm, darf ich mal fragen, welche Bücher sie alle haben? Ja, du, ich muss nicht sagen. Also, Briefe meinen sie, ne? Ein Tagebuch von Edgar Harbing, ja? Ja, ja, hab' ich. Geschichte schreiben. Äh, Moment. Geschichte schreiben. Ich hab' 34, 34 Briefe. Ich hab' 36. Ja, siehst du. Boah, da sind wir ja ganz schön am Suchen hier, ey. Egal, weiter. Ja, da können wir jetzt nicht so auf die Schnelle vergleichen. Das würde euch nur langweilen. Na, vor allen Dingen auch dann eine Rätsel, was wir noch machen müssen. Aber das machen wir eben oft, wie gesagt. Was, was ja die Dame hier kaputt gemacht hat. Äh, ja, hand' auf, ey. Äh, stopp' mal, stopp' mal, stopp' mal, oh nein. Ich sag' doch, stopp' mal. Was willst du denn? Naja, dann wird die Folge mal ein bisschen länger. Was willst du denn? Das ist ja jetzt gleich der Income. Ja, eben. Ja, dann komm zurück. Mann, wir gehen mal ans Licht. Vielleicht noch ein Foto. Bist du ans Licht? Ans Licht. Das war's mit Licht. Aber ich mach' noch ein Foto. Ja, Leute, so ist das nochmal, ne? Ja. Wenn man da nicht aufpasst. Die dreht uns wieder in den Rücken zu. Naja, aber... Es tut... Naja, da wär' heller gewesen, wenn sie ihn ja noch... Aber besser sieht's doch ja auch nicht aus, auch wenn sie sich umdreht. Ah. Zack, Foto. Also, Freunde, es tut mir leid, dass ich das Rätsel kaputt gemacht hab. Das war nicht meine Absicht gewesen. Und wie der Endkampf wird, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn das der Endkampf ist. Also, seht's gut. Ja, das geht's. Mach's gut. Tschüss. 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 Tschüss.